Ich glaube, ich habe auch Tim Ferriss irgendwie weitergeleitet. Also ganz lange sozusagen Productivity-Hack zu Telefon-Notifications, also Handy-Notifications primär. Und das habe ich auch seitdem gemacht und das Ganze, um das kurz zu umreißen, worum es geht, ich habe mein Handy sozusagen nie auf leise, weil ich einfach keine Notifications bekomme. Also das Einzige, was bei mir durchkommt sozusagen, sind Anrufe. Und von denen bekomme ich jetzt nicht so viele, beziehungsweise in Klammer gesetzt, wenn ich in einer Besprechung bin, dann habe ich einen eigenen, also das ist quasi so eine iPhone-Geschichte, da gibt es ja diese Focus-Modi, die man einstellen kann, da gibt es quasi einen einzigen Focus-Mode, wo nicht einmal Anrufe durchkommen. Also von keiner Person. Das heißt, das ist das Einzige, was bei mir irgendwie ausgegrenzt ist. Aber sonst habe ich gar nichts tatsächlich. Also das Handy bleibt immer laut, ich vergesse es nie wieder anzumachen sozusagen, weil ich es nie leise mache. Aber der Punkt ist, dass einfach keine Notifications kommen. Also es gibt keine Sounds. Es gibt vielleicht von ein oder zwei Messenger-Apps erscheint es vielleicht am Bildschirm, aber selbst da nur ohne Ton, beziehungsweise nur wenn ich aktiv draufgehe. Also es poppt quasi nicht am Bildschirm auf. Und wie soll ich das quasi einleiten? Weil es finde ich immer sehr interessant ist, das Gegenteil zu sehen. Also es ist natürlich eigentlich ein ganz lustiger Bias, weil ich dadurch, dass ich das jetzt ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr mache, ist das für mich voll normal, dass ich einfach keine Notifications habe, weil wozu? Also so die grundlegende Frage, wozu brauche ich die ganzen Notifications? Und das ist aber dann umso interessanter, dann Kollegen zu sehen oder Freunde zu sehen, die das aber dann auch sehr wohl haben. Und dann frage ich mich immer, wie machst du das? Wie machst du das, dass du irgendwie ständig klingelt dein Telefon mit irgendwie WhatsApp hier und Slack dort und deine E-Mails klingeln sogar durch? Oder dein Kalender klingelt die ganze Zeit durch? Und ich frage mich dann immer, wie das geht? Und jedes Mal, wenn ich zurückfrage mit Ja, aber wieso hast du das noch an? Also ich habe alles abgedreht. Kommt dann immer diese Standardantwort mit Ja, aber weil sonst, weiß nicht, verpasse ich irgendwas oder ich bekomme so viele E-Mails, die muss ich halt bearbeiten.